Jo Leute und hallo und herzlich willkommen auf SkillTV. Wir haben jetzt eine Challenge vor Ort. Wir spielen Freistoßschießen, SkillTV, die SkillTV-Legende, Ibrahim gegen SkillTV, Neuling, Devrim. Also wir machen öfters Videos zusammen. Wir machen Freistoßschießen, ich geh ins Tor. Normalerweise wollten wir die Revanche machen, ich gegenüber, aber zeig mal Devrim. Wir haben gestern Wrestling gespielt. Oha Lan, ich hab mich übrigens gefickt jetzt. John Cena? Sieht ihr das Schwarze? Ne, warte. Ja, guck, sieht ihr das Schwarze? Da habe ich Zahnspange, aber das machen wir lieber runter. Und das ist durchgegangen, also übertreib Lan. John Cena. Ja, und ich wollte noch sagen, abonniert noch Kid & Shine. Äh, ja. Ja, das auch. Jungs, bei der vom Schieß. Nein, guck, würde. Oha Lan, es ist SkillTV-Time. Jetzt. Scheiße. Also Leute, wir haben vergessen, wir machen bis 3. Wenn Devrim jetzt trifft, und wenn ich jetzt treffe, geht's Verlängerung bis 5. Wenn er trifft und ich nicht treffe, hat er gewonnen. Ja. Geht 2-2. Ja. Los geht's jetzt. Versuch dein Glück. Ja. Ach, schießen bei denen da. Das funktioniert. Oh, Devrim, wenn du jetzt nicht hier triffst, ne? Ja. Ach, schießen bei Devrim. Den ersten, der erste, der erste Schieß. Drück, drück, drück. Ball hoch. Oh, Nummer 1, ach, schieß Nummer 2. Das war das. So, das, den vier noch. Der von der... Allah, ho, ich will. Du, du. Allah, ho, ich will. Aber jetzt. Aber jetzt. Jetzt kommt der hier, wo schon was. Ah, das ist, der lebt.